Okay. Ich sitze also in so einem echt öden Meeting wegen... irgendwas. Keine Ahnung. Hab nicht aufgepasst. Dann... BOOM! Das war wie ne Schießbude. Jeder Schuss ein Treffer. Der eine Typ so... Und ich nur so... Dann erwische ich noch ein... Aus Spaß an der Freude noch ein paar... Ich... Ich hab's echt knallen lassen, um mal ehrlich zu sein. Dann... Sprengen die meinen Lieblingsladen. Zweitlieblings nach der Dönerbude. Ist ja auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich leg los. Ich denk mir so, ich zeig's euch. Weißt du, so richtig, ich zeig's euch. Aber Mann, nix hab ich gezeigt. Ey, hast du nachher noch was vor? Mein Typ ist gefragt. Hey, das wird's mal. Ich komme! Fang schon mal ohne mich an! Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen... Wir brauchen...